weiter ja so hallo leute wie weiter geht es hier und jetzt fickt dich alle okay seid ihr alle tot oder was scheiße ich warte hier unten auf euch oder wer seinen ersten kommentar zu dem bild abgegeben nein meine mutter ruft an okay ich will dich mal ganz kurz nein ich hoffe du nimmst nicht darüber das ist ja der oberhomo jetzt mal gemutet schon wieder durch die zwei blöcke durch das gibt es doch nicht ich habe gerade eben schon gefragt wie er kurz weg war das schwächst ist eigentlich nur der sprung hier wo ich jetzt drauf bin ja der da unten der ne weil er so lange ist so da bin ich wieder wohl geschafft man ist wenn da also ich habe und schon mal mein kraft geht nicht mehr bisschen scheiße war muss man neu starten ne war wegen weil weil dings in der näheren umgebung war ein stromausfall aber bei uns hier nicht aber geil bei mir auch nicht also mit näher umgebung meine ich da wo deine mutter arbeitet ja okay gut dann weiß ich bescheid wollte ich nicht laut erwähnen ja nicht dass sie noch scheiße irgendjemand weiß wo wir wohnen und uns dann stalkt ja nicht dass die leute die mich so aus dem ort empfinden mich dann anfangen zu stalken ja dann kriegst du die ganzen liebesbriefe mit der post und dann passiert sowas so was ich sage nur sie machte die hose auf manche ist jetzt vom block runter gelaufen für die etwas erwachsenen leser unter euch marcel hat ein buch für euch was ihr euch gerne mal angucken könnt das voll prämisch habe ich euch lieber nicht nur für die ältere generation also nicht für die fünfjährigen ja aber perfekt als schullekteure muss ich mal anmerken ich habe es geschafft lol ok ich habe es gepackt wurde der Nubili genutzt oder was ich wurde nicht genutzt ich bin einfach wieder hier gespawnt warum ich bin da oben über die druckplatte gelaufen aber irgendwie hat es nicht geklappt ja schifft ist ja fremder schifft ist mein bester freunde umarme ich immer die taste dann wollte ich halt jetzt genau zum massen es ist vermutlich wenn es kräg des jams jubels kräg des jams ja oder maggeil und da ist kein checkpoint sind da keine betten oder so ok weil es ist ja eigentlich die eine challenge oder dann definitiv kein schlagen hier oben ok das ist ja wirklich assi dann spring ich mal wieder runter weil ich habe mich zu dir gefordert ein bisschen ungefähr so boah das heißt haben wir gerne habe ich noch zwei millionen versuche scheiße hey baby wie zur hölle ähm bist du da runtergefallen warum ich glaube der kann die gerade nicht antworten ach man kann sogar auf den äh auf was auf den kack kaktusten ok ne die kaktus jams die sind nicht die sind nicht lang die sind machbar ja ach so du schiebst halt vorher aber man macht da manchmal solche bungee jams also jetzt glaube ich weil sie wieder runtergeflogen ist manchmal springst manchmal pushen die dich irgendwie so komisch nach oben haben die jetzt gepatcht oder so keine ahnung die pushen dich nämlich nach oben zum teil boah schon wieder nicht ich schaffte es einfach nicht ich hab an den kakti probleme der arne ist wieder da mhm scheiße wo da fuck man das ist so schwer leertasten vergewaltigung warum 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 schaff ich das nicht weil ich so scheiße bist nein ich bin nicht scheiße die jumps sind scheiße die jumps gehen aber du bist scheiße nein der map ersteller ja immer der map ersteller immer der map ersteller ist schuld wenn was nicht funktioniert ich hab das gefühl meinen regenerations trank will nicht nur so richtig leu ja warum hast du mit den regenerations trank brauchst du für die challenge da wo kommst du da ein oder was ja für die kakti challenge ne für die kaktien challenge boah kann dir mal einer schaffen das du halt dich abnibbelst unterwegs das ist voll schwer ey das ist voll schwer ey du musst immer zweimal warten das wird sagen tick tick loll 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 boah kann dir mal einer bitte mal einer schaffen krassi du bist sogar zu inkompetent für das da unten ja ich weiß kannst nix boah schon wieder da rein warum denn bitte warum musst du da so kack sprünge nehmen ey alter ich muss nicht sagen aber die kaktus springen die machen dann voll aggressiv hm die macht mich auch aggressiv ich bin nicht gut hm 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 nrrrr halma sein mach das jetzt mal leck mich ich kann ne alter Gramisi mach das jetzt mal what shit ja manchmal pushing die dich nach oben so um magic mushroom like boah warum rutscht der dann runter wtf wo du hast geschafft leck mich doch am atsch hallo gehört der heute uns ähnlich oder ich weiß aber ich sage trotzdem hallo sagt trotzdem hallo das letzte mal hat er auch mit mir geredet also für alle die jetzt nicht wissen wer das ist das ist freddy's kussing der da im hintergrund hier sein selbst dazu gibt zu diesem spektakulären abenteuer er guckt mir gerade zu was ist das für eine druckplatte da darf man da drauf keine ahnung da ist auf jeden fall dinsen blog drunter also command blog das ist ja geportet oder so das wäre es jetzt wenn er dann wieder zurückgeportet wird ich habe es geschafft das heißt drei versuche noch eine staub sagt da irgendwo einer bei mir nicht nur mal ein das heißt ja wo ist das steht warum sind wir jetzt hier ja weil ich es doch geschafft habe also es muss nur einer schaffen oder was ich weiß nachdem wir runter geflogen sind egal komm lass das machen hier ich sehe gar nichts warum schlägst du mich habt ihr ganz gemacht also ich würde den anderen erwischen auch da ist ein blog nicht gesehen litz merke warte Nein, Cassi. Du. Nee, ich komm ja nicht mehr so hoch. Wir hatten ja wieder so eine abnormal laute Tastatur. Das ist Marcel wo immer. Ja, ich muss halt immer hier vergewaltigen. Macht mir Spaß. Oder ich stell einfach mal bei TS mein Mikro ein bisschen. What the fuck? Weil der Marcel, der hat so ne Tastatur. Ja, der hat so ne... Da drückt er immer so fest drauf, dass er nicht so laut. Hat er sich jetzt ganz leise gemacht? Du musst die Empfindlichkeit höher stellen, sonst ist ich fertig. Wir hören dich nicht mehr. Soll ich den mal runterhauen? Soll ich den mal runterhauen? Nee. Alter, ohne Spaß. Hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Oh, ohne Spaß. Warum hast du mich runtergeschlagen? Bin grad runtergefallen, hab geschlagen. Rungefallen bist du? Rungefallen? Runtergefallen, hab ich gesagt. Ich meine Tastatur können auch hören, aber das ist mir egal. Masi, das bringt glaube ich nicht viel, wenn du hier drinnen tagstellst. Doch, da ist ein kleines Lichtloch da unten. Was unten? Ich denke Licht kommt von oben rein. Nein, das ist Minecraft. Da kommt auch Licht von unten. Von unten kommt da auch nicht rein. Glöcke kann man ja nicht zerstören. Da ist Klostein, voll geil. Klostein. Ja, der hält dein WC sauber. Der leuchtet immer so schön. Der leuchtet immer so schön. Der hält dein WC sauber. Ja, ja. Weiß warum der leuchtet? Da sind so Leuchtbakterien drinnen. Die sind ein bisschen verseucht. Also so radioaktiv verstrahlt. Boah, warum? Ohne Spaß. Kennt ihr das, wenn ihr so sprinten wollt? Und dann fängt es an und der wabbelt so da rum? Boah, die Sprünge ist nur noch kacke. Ja, die sind echt kacke. Also liebe Zuschauer, ihr könnt gerne mal den Map ersteller zu spammen. Hier die Sprünge sind kacke. Ja, du bist ja auch ein Cheater. Du hackst ja auch in allen möglichen Spielen. Ja. In COD. Ja, in Counter Strike. Ach ne, hast du Counter Strike? Hast eigentlich Counter Strike? Ne, ich glaube nicht. Wer hat da? Alter Marcel. What the fuck? Warte, gib mir. Ja, das geht jetzt nicht. Game Mode. Boah, herzlichen Glückwunsch, Massi. Wieso? Wann kann man das da auch kaputt machen, Mann? Hallo? Hatterfuck. Boah, oh mein Gott. Wie soll ich denn bitte jetzt die Challenge schaffen? Ich komm da nicht hoch. Obwohl. Stimmt. Jetzt kann man einfach dem Wasser verloren. Das ist halt meine Inkompetenz aus. Was? Nur mal so ne Frage, aber was ist das? Hat sich ein bisschen verstörend angehört, aber na gut. War das, das war zufällig wahrscheinlich der Arne, oder? Oder warst du das selber Freddy? Das ist der Arne. Was klappert denn der da rum, ey? Kennst du die Frische, wo du so aufziehen kannst, die dann springen? Boah, ja. Boah, ja. Du stehst ja auf kleine Kinder, ne? Na, du machst dich nicht so wie du. Na wohl, sonst hätte ich dich ja nicht ins Team geholt, ne? Du bist ja auch klein. Ja, ich bin fünf Jahre alt. Mindestens. Wie alt bist du? Äh, fünf. Bumm. Bumm. Wo? Das ist eingeschmiss, der Melle und 8T gammelt da oben rum. Boah, ich war schon so weit. Komm, was hier hüpft. Scheiße. Ich hab dich ja nur nach oben geschlagen, du hast mich ja runter gehauen. Das ist ja, das ist ja mies. Einfach inkompetent. Alter, dieser Frosch, ey. Nein. Ne, ich seh nen Ende da. Was sei denn, ja, da oben. Da oben? Ach du bist... Bist du runter geflogen? Ja, da hat er da nen Sprung nicht gepackt. Ich hoffe, dass mir den Ladder ist hier nicht an der Ecke. Ja, da oben ist so ne Stelle, die ist richtig scheiße. Oh mein Gott. Okay, das Geräusch ist weiß. Das macht der Chris ja auch immer. Hier so, Achtung. So läuft das hier. Wollte passen, wenn ich jetzt was zeigen wollte. Ah ne net, ah ne net. Ah, bitte schick uns das aufs Handy, ne. Das muss jetzt hier nicht jeder sehen. Nein, ich mach das mir kurz an. Äh, wenns Musik ist, dann weiß ich nicht, ob wir das anmachen können. Weil hier... Oh nein. Bitte nicht, Masi, bitte nicht. Es gucken auch jüngere Zuschauer bestimmt zu. Sagen wir, dass einer gesprintet ist voll aus dem Atem. Ja, der war ja jetzt voll... Hast du mich gerade geschlagen? War so ein Marathonläufer. War so ein Video von einem Marathonläufer. War so ein Video von einem Marathonläufer. War so ein Video von einem Marathonläufer, oh shit. Ich hör gar keine Masi vorbeifliegen sehen. Hab sonst gesagt, wir waren letztens Sprung. Achtung an.